Stell dir vor, du bist auserwählt in den Schatten unserer modernen Welt. Du bist bereit, einen uralten Kampf zu entscheiden. Einen Kampf gegen die finsteren Kreaturen der Unterwelt. Wärest du bereit, das Geschenk der Unsterblichkeit anzunehmen? Bereit, die ahnungslose Menschheit zu retten, wenn der Preis dafür wäre, dein jetziges Leben aufzugeben? Und wenn du niemals erfahren würdest, woher du kommst und wer du wirklich bist?